servus und hallo aus dem autoladen dresden ich begrüße euch mein name ist andré und ich darf euch heute hier dieses fahrzeug vorstellen hierbei handelt es sich um einen mini john cooper works mit satten 231 ps also das ist eine richtige taschenrakete für meinen geschmack in einer schönen farbkombination mit viel ausstattung also ihr kriegt da wirklich eine rennsammel also wenn man überlegt was womit minima angefangen hat und was jetzt hier auf die straße gekommen ist also das teil ist wirklich schon ein rennwagen denke ich so ein kleiner mini mit über 200 ps das ist auf jeden fall ein gti killer bin ich mir sicher die ausstattung spricht für sich wir haben led scheinwerfer wir haben head-up display wir haben sitzheizung klimaautomatik ein sportlenkrad panoramadach riesengroß diese innenraum beleuchtung die ambiente beleuchtung die man von der farbe her auch vorstellen kann finde ich das ist einfach so ein bisschen was up-to-date ist wir haben drin die alcantara sitze das ist auch wichtig weil dann rutscht er auf wenn er doch mal ein stück schneller fahrt nie so hin und her der schalthebel sieht natürlich auch geil aus da kommt auf jeden fall so ein bisschen rennwagen feeling auf hier müsst ihr wirklich gucken dass er euren führerschein nie bei zeiten abgibt also das denke ich ist hier auf jeden fall möglich warum machen wir das video wir wollen den zustand des fahrzeuges so einfach mal ein stück näher bringen und der der lust auf sowas hier hat denke ich kommt an unserem einfach nie vorbei preislich gesehen sowieso der passt vom zustand in und außen hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen der ist jetzt noch nicht aufbereitet also wenn er jetzt wirklich noch ein paar kleine schmutzige flecken sehen solltet oder so das kriegt man auch hinterlegt man auch mal hand an aber so sieht man auf jeden fall dass der vorbesitzer sein auto gemacht hat also das ist wirklich super gepflegt haben wir nur einmal durch die wäsche gezogen und dementsprechend konnten wir den euch jetzt hier schon präsentieren wenn er noch fragen zum auto habt ist das kein problem dann lasst es uns gern wissen über facetime oder auch whatsapp telefonie ist das möglich da könnt ihr eins zu eins sozusagen mit uns in kontakt und ihr sitzt entspannt auf der couch wir sind hier im laden mit dem fahrzeug an sich und gucken wirklich mit euch zusammen in jede ritze weil wir bieten das fahrzeug sozusagen so an dass wir es kostenfrei bis vor die tür liefern ihr müsst sozusagen gar nichts machen weil wir dürfen euch ja gerade nicht empfangen durch diese lockdown geschichte und dementsprechend haben wir uns das so überlegt und das funktioniert auch wirklich gut das heißt ihr könnt euch uns wirklich löschern in der zeit von 9 bis 18 uhr unter der woche am wochenende 10 bis 14 uhr und da alles los werden was ihr wissen wollt richtung garantie in zahlungnahme finanzierung solche sachen das kriegt man auch alles am telefon hin also danke erstmal fürs zuschauen bis zum nächsten video und job